Der Hamburger Olaf Scholz hat sich früh positioniert. Er will den Deal, genau wie Peter Tschentscher, sein Nachfolger als Bürgermeister. Allerdings positionieren sich auch sechs gewichtige Mitglieder des Berliner Regierungsbündnisses. Die Chefs und Chefinnen des Wirtschafts-, Finanz-, Innen-, Verteidigungs- und Verkehrsministeriums sowie des Auswärtigen Amtes lehnen den Einstieg der Chinesen beim Hafenterminal ab, unabhängig von ihrer Parteizugehörigkeit. Alle haben die Worte des Geheimdienstchefs im Ohr. Hinter den Kulissen lassen Scholz und Tschentscher ausloten, ob die Chinesen sich mit einer geringeren Beteiligung zufriedengeben würden. 24,9 Prozent seien ja auch eine Menge. Weil die neuen Teilhaber dann kein Mitspracherecht auf die Entscheidungen des Managements hätten, ließe sich der Einstieg vor der deutschen Öffentlichkeit leichter darstellen. Olaf Scholz will in Erfahrung bringen, ob auch seine widerborstige Regierungsmannschaft mit einer verringerten Beteiligung leben könnte. Aber die lässt sich nicht abspeisen, zu sehr ist das Geschäft Medienthema geworden. Befreundete Regierungen in Europa und den USA mischen sich in die Debatte ein. Haben die Deutschen denn gar nichts gelernt? Das bringt Scholz und Tschentscher auf die Palme. Sie wollen sich nicht von Ländern belehren lassen, deren Häfen von einer Verhinderung des chinesischen Investments in Hamburg profitieren würden. Hinter der europaweit geführten Debatte stecken auch harte Standortinteressen. Doch von den versteckten Fouls im Hafenstreit wollen sich die sechs Regierungsmitglieder in Berlin nicht von ihrer Haltung abbringen lassen. Sie wollen partout keine Beteiligung Chinas am Hamburger Hafenterminal. Da greift Olaf Scholz zu einem Trick. Wenn die oppositionellen Ministerien nicht dem 24,9 Prozent Vorschlag zustimmen, kommt der Deal bei der letzten Oktober-Sitzung im Kabinett gar nicht zur Abstimmung.